äh grüßen? ja? alter! hör auf damit! bist du bescheuert? was ist los? alter! alter! hör mal auf jetzt damit! man! es reicht jetzt! verträgst du dir hau vor aber nicht? schatz, was ist los? was? ja, helf mir mal! er provoziert mich! wer denn? siehst du ihn nicht, wie groß er ist? helf mir mal! hör mal auf jetzt! habe ich gesagt! siehst du ihn nicht? geh weg! helf mir! siehst du ihn nicht? geh weg! siehst du ihn nicht? alter! siehst du ihn nicht? er provoziert mich voll! er provoziert mich voll! du brauchst einen krankenwagen mit den vier rädern und er hat mich lieb! aber er provoziert mich voll! geh weg jetzt! wo soll jemand sein? da! hier! da ist er doch! genau hier! Louis, du hast einen schaden! nein! es ist niemand! wir sind alleine! es ist gar keiner da! außer wir! geh weg jetzt! ich glaube, die haarfarbe verträgst du nicht! nein, aber helf mir doch einfach mal! bei was denn? was soll ich denn machen? ich bin total scheuchen! er provoziert mich! wem? hier! 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 pass auf! Tür auf! wo ist er? hier? stell die Tür zu! jetzt hast du Ruhe! danke!